Es fein ist, wenn wir quasi auch ermaitern selber, dass es sich vielleicht ein bisschen böse handelt, aber zwar... Oh mein Gott, Digga. Einen Moment. Morgen, Heisenberg. Wir landen auf Kaffee, wir gehen an einen Chat. Nein, aber das wäre halt... Das wäre halt... Ja, ihr wisst, was ich sagen wollte.